Ooooooh! Ich fahre mal die Forellen-Kapier mit. Die durchschauen erst mal schnell hinterher. Hast du mit so einem Kübel fotografiert? Oder ist ja gerade Kamera? Sorry. Ich filme gerade so ein bisschen. Aber das geht ja nur bei ruhigem Wetter. Deswegen konnte ich sie jetzt jetzt rausholen. Bio liegt natürlich wieder auf seiner Couch. Da gehe ich schwer von aus. Danke schön. Noch schön.